Halli, hallo, hallöle. Es ist Mittwoch, es ist der 16. Dezember, wir haben 17.39 Uhr, der DAX schließt mit 13.565,98 Uhr. Er hat es geschafft. Hooray! Das hier ist der letzte Film für dieses Jahr. Ich muss einige private Dinge aufarbeiten und ich bin ehrlich gesagt heilfroh, wenn 2020 rum ist. Das ist irgendwie wie verknotete Kopfhörer oder 1% Akku oder ein kleiner Stein im Schuh oder dann noch viel schlimmer, im Dunkeln über Lego-Steine laufen und das alles zusammen. Also ich bin heilfroh, wenn es rum ist. Weihnachten wird dieses Jahr anders, Silvester sowieso. Vor dem Hintergrund schauen Sie sich mal die Aktien von Herrn Berlo und Rika rein. So gut kann das für die Buben auch nicht sein. Aber noch was anderes. Vielen, vielen Dank für diese doch völlig überraschend hohe Beteiligung an dem Webinar letzte Woche. Das Webinar steht auf YouTube. Das ist, glaube ich, der dritte Film vor diesem hier. Können wir mal schauen, hat fast zwei Stunden gedauert. Vielen, vielen Dank für die Teilnahme und für die freundlichen Worte während und nach dem Webinar. So und jetzt fangen wir hier mal an. Das ist der DAX auf Tagessicht und er hat es geschafft. Wie gesagt, Hurray, wir sind da drüber. Ich hätte nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen, dass er das während des Tages schafft. Aber gestern Abend war schon irgendwie zu merken, das Ding gibt kein Stück nach. Und wenn er überhaupt eine Chance hatte, das zu brechen, also dieses Niveau hier von 13.475, dann war das heute. Sehr gut, hat er gemacht, alles fein. Warten auf die FED. So, jetzt gibt es hier, ich mache mal den Chart ein bisschen größer. Wir haben dieses Gap hier geschlossen. Wir haben diese Seitwärtsphase, die, Moment, begann, wo war denn die? Also wenn ich jetzt mal den Höchstkurs, das war am 1.9., wir haben sie verlassen. Auf zu neuen Ufern oder, wie sagt der Kollege Scherer immer, Uncharted Territories. Ich mag ja den Ausdruck total, den bringe ich alle, alle drei, vier Jahre, bringe ich den einmal. Da sind wir drüber. Das sieht gut aus. Wir sind oberhalb des Bandes. MACD positiv, wie gesagt, das ist der Tag hier. Ist doch hastig, hat auf neutralem Niveau nach oben gedreht, ist auch okay. Ich habe hier momentan nichts Negatives. Negativ werden würde es, wenn wir wieder unter die 13.475 fallen. Das ist jetzt, was ehemals Widerstand war, eine ziemlich gute Unterstützung. Die zweite liegt dann hier bei 13.000, was wir fast ausgefüllt haben. Gehen wir mal auf die vier Stunden. Hier sind sie. Ist hoch, der Oszillator, aber das ist egal. Der kann hier noch tagelang hier rum machen. Das ist eigentlich alles okay. Das ist fast trendbestätigend zu bemerken. MACD ist auch weiter positiv. Die Bänder gehen fett auf, aber ordentlich auf. Erst wenn das hier unten dreht, kann das hier negativ werden. Wir haben jetzt eine schöne Bewegung von 13.000. Ich runde leicht bis zu 13.600, aber ich sehe da noch keinen Halt. Ja, hier ist eine negative 4-Stunden-Kerze, aber da ist noch nichts passiert. Wir werden weiter positiv oder bleiben weiter positiv über 13.600. Ist das Ding noch in Ordnung? Also von hier aus fein, aber ich habe jetzt hier schon, wenn wir das auch gleich reinzeichnen, eine ganz gute Unterstützung im Bereich etwas unter 13.200. Das ist jetzt die erste Unterstützung vor den 13.000. Also daran orientiere ich mich auch gleich an den Scheinen. Gehen wir mal auf die Stunde. Die Stunde ist nach wie vor in Ordnung. Jetzt müsst ihr Folgendes sehen. Wir sind von 13.400 auf 13.600. Wir haben genau eine 50% Korrektur auf 13.500. Das ist alles in Ordnung hier. Sowas, was hier so steigt, das darf auch mal atmen. Also von daher ist der Index fein. Sollten wir über die 13.600 gehen, dann ist auf Stundensicht der Bereich 13.500, ein bisschen Toleranz nehmen, so 13.470 rum, ist eine weitere Unterstützung. Da muss ich einen Schein hier unten suchen, sondern kann auch einen hier oben nehmen. Ich kann nicht behaupten, bis wohin wir gehen. Das Alltime High ist bei 13.795. So viel ist es nicht. Das ist alles möglich. Mal schauen, was bei FED alles noch so rauskommt. Aber zu beachten ist auch, wir haben am Freitag großen Verfalltermin. Historisch gesehen ist der Dezember- und der Juni-Termin die umsatzstärksten. Da können noch der eine oder andere echte Schlag nach oben oder unten reinkommen. Grundsätzlich, das nochmal nebenbei bemerkt, ich bin für die nächsten drei Monate, für Januar und Februar noch einigermaßen positiv. Ich glaube, dass ab März, wenn dann wieder neue Zahlen veröffentlicht werden, so eine Geschichte, wie wir neulich in der SAP hatten, das wird keine Eintagsstiege sein. Also ich glaube, dass wir spätestens am Ende März tiefer stehen, als das, was wir jetzt hier momentan haben. Aber kurzfristig, für die Händler unter euch, ist das alles okay. Hier ist die Unterstützung. Hier nebendran steht 13.461, das bezieht sich auf den 10er gleitenden Durchschnitt. Ich finde es in Ordnung. Vor allen Dingen, er wird nochmal Gas geben, wenn er über 13.600 steht. Scheine. Ich habe den hier genommen. 13.175 sind wir also hier drunter. Unter dieser Unterstützung, die ich gemalt habe, die von der 4 Stunden herkommt und von der 1 Stunde auch bestätigt wird. 13.175 ist ein Open Endschein von Goldman mit der Kennnummer GF6R9F. Der käme bei mir ins Buch, wenn wir die 13.600 auf Stundensicht, wichtig, auf Stundensicht nach oben brechen. Fände ich gut. Wer jetzt mit aller Gewalten Putz sucht, der kommt hier hinten am Oldtime-Hai nicht vorbei. Mal schauen, ob ich das hier alles so richtig reinkriege. Das ist jetzt auf Stundenbar, das ist ja wunderbar. Der kommt an diesem Oldtime-Hai nicht vorbei. Und da sind wir, wie gesagt, bei 13.795. Ein Put. Ich glaube, da kann man so lange warten, bis wir wieder in diese Range hier eintauchen. Und das ist möglich. Das kann alles hier ein Master-Fake sein, das wissen wir noch nicht. Also 13.795, da würde ich eine Basis legen. Und da ist das hier schon so hoch, das wird ein relativ hoher Hebel. So was hier. Das ist ein 46er Hebel. Das ist die 13.852. Weil wenn wir das Oldtime-Hai rausnehmen, wird er nochmal 100, 150, 200 Punkte drauflegen. Da habt ihr aber auch dennoch genügend Zeit, das zu schließen. Das ist die GB9-BFW. GB9-BFW. 13.852. Ich würde ihn erst dann nehmen, wenn wir hier eintauchen. Der kann jetzt hier ein bisschen hohl drehen. Jetzt werden die Shorts gegrillt. Ist einfach so. Liebe Leute, ich wünsche euch eine tolle Weihnacht. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Ich wünsche euch vor allem Gesundheit, Ruhe, Besinnlichkeit und ein ganz tolles Jahr 2021. Alles Gute. Bye, bye.